Hm. Meint ihr, ich kann mir was wünschen von Fresh, sagst du? Ich würde gerne einen kleinen Outfit-Change haben. Auch vielleicht ein bisschen breiter machen wir. Bisschen, nicht so wie Sascha, aber ein bisschen so. Ich hätte gerne so eine Multicam-Hose. Einfach mal nach Multicam gucken, dann habt ihr die Farben. Dann hätte ich gerne mein Olives-Oberteil und auch diese Olive-Mütze. Vielleicht auch noch meine Uhr mit dran auch. Nice.